Du wirst lernen bei diesem Abendseminar, wie du innerhalb kürzester Zeit und langfristig und mit Garantie deinen Traumkörper erlangen kannst. Ich weiß, es klingt verrückt. Ich weiß, es klingt verrückt. Und das komplett frei von Diät. Ich weiß, wie das ist, wenn man ins Fitnessstudio rennt oder auf den Berg rennt oder laufen geht oder Rasen fahren geht und irgendwie doch nicht so ganz das Ziel erreicht. Weil ich sage euch was, einer der zu dir sagt, ja beweg dich einfach genug und dann reicht es schon. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Und wie das geht, das werde ich dir heute alles erklären. Du wirst heute mit Sicherheit, ich bin mir sicher, das außerdem ist schon bei mir trainieren. Das, was ich heute Abend euch erzählen werde, keiner weiß. Keiner. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich fünf Stunden lang nichts essen würde, ich würde umfahren. Ich kann nicht morgens. Weil was passiert, wenn ich morgens um sieben Uhr frischstücke und ich esse dann fünf Stunden dann nichts. Was passiert nach den fünf Stunden? Bist du dann so, oh ich esse jetzt eine Kleinigkeit. Und dann bist du so, oh, oh, oh. So. Ja? Oder? Wir reden von Körperumstrukturierung, nicht von abnehmen. Abnehmen ist doof. Abnehmen ist immer auf die Kilos fixiert. Ich weiß nicht, Christy, bist du vielleicht auch im Bereich Training ein bisschen verwirrt mittlerweile? Ja. Jeder sagt was anderes. Wenn du willkürlich irgendwas machst, ziellos, hast du dann laserscharfe Ergebnisse? Nein. Du hast nur laserscharfe Ergebnisse, die du in den laserscharfen Trainingsrein zu setzen, wo du vorhersehen kannst, was passiert. Wer das schon mal in einem Fitnessstudio hat oder in einem Kurs oder irgendwas, bitte aufstehen. Bitte aufstehen. Wenn wir gehört haben von einem Trainer, die das so erklärt bekommen haben, bleiben bitte stehen. Alle anderen setzen sich. Okay, die, die noch stehen. Kraftschmiede, Kraftschmiede, Kraftschmiede. Du bist die Ausnahme. Sehr gut. Ja, toll. Gratuliere. Aber habt ihr gesehen, wie viele sich jetzt hingesetzt haben? Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Das darf doch bitte nicht wahr sein. Und ganz ehrlich, war das jetzt so schwer zu verstehen? Nein. Das kann man durchaus einem Endverbraucher mal so schön schmackhaft erklären. Okay. Der Fehler ist, den viele machen, sie rennen los und schnappen sich gleich eine Hande. Wenn du bei mir anfängst zu trainieren, dann gibt es keine Hande. Mindestens acht Wochen lang. Okay? Dann wird der Körper aufgebaut. Der Körper wird trainierbar gemacht. Und wer diesen entscheidenden Schritt aussetzt, das rächt sich später. Aber du wirst es umsetzen können. Du wirst möglicherweise überrascht sein, wie leicht es dir fallen wird, weil es mit Plan und System aufgebaut wurde und nicht willkürlich. Und dann gehst du nach Hause und isst ganz normal und machst hier und da deine Schummeltage, genießt auch mal dein Stück Schokolade und dein industriell verarbeitetes Zeug. Und es ist nicht schlimm, weil du nämlich deinen Grundumsatz so dermaßen, der explodiert. Sexy oder sexy? Sexy. Sehr schön. Super.